Die S-Bahn. Einsteigen, aussteigen, sitzen. Wo steigt sie aus? Sie steigt aus der S-Bahn aus. Wo sitzt sie? Sie sitzt in einer S-Bahn. Wo steigt sie ein? Sie steigt in eine S-Bahn. Und noch einmal. Wo steigt sie aus? Sie steigt aus der S-Bahn aus. Wo sitzt sie? Sie sitzt in einer S-Bahn. Wo steigt sie ein? Sie steigt in eine S-Bahn ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gib mal ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Untertitelung des ZDF, 2020